Und das ist Maureen Schwarz. Ich hoffe, du wirst mich eines Tages als Freund betrachten. Für jeden anderen war er Professor Schwarz, aber ich nannte ihn Coach. Mensch ist ein schlauer Kopf. Scharner Kasten. Er war sehr talentiert im Schreiben. Außer mit dem Sport. Aber ich glaube, wofür sein Herz wirklich schlug, das war die Musik. Ich weiß nicht, wie ich auf Wiedersehen sagen soll. Mr. Schwarz, Sie haben Amyotrophelateralsklerose. ALS, eine degenerative Krankheit des Nervensystems. Dienstag war immer unser gemeinsamer Tag, weißt du noch? Und ich brauche keinen Lebenstherapeuten! Also kommst du nächsten Dienstag wieder? Ja. Und wie lange kommst du jeden Dienstag? Bis zum Ende. Aber wenn der Grund ist, jemanden zu lieben... Nun gibt es keinen Grund in der Liebe. Liebe ist der Grund. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich... Ich werde jetzt gehen und am nächsten Dienstag wiederkommen. Und dann erwarte ich von dir, dass du ein bisschen munter bist. Es war Dienstag. Und dann muss ich das hier wieder sein. Und wenn du nicht around bist. Nicht beschäftigen dich, wenn du nicht rumst. Nicht beschäftigen dich, wenn du nicht rumst. Nicht beschäftigen dich, wenn du nicht rumst. Ich bin mal freig. Untertitelung des ZDF, 2020